Hallo liebe motorsportmagazin.com Freunde, ja die Eltern und euch werden sich vielleicht noch daran erinnern. Es gab mal Zeiten im Motorradsport, da waren Testfahrten etwas ganz normales, etwas ganz regelmäßiges. Die Hersteller und Teams konnten so oft sie wollten mit ihren Einsatzfahrern testen auf den diversen Rennstrecken und so Erfahrungen mit ihren Maschinen und Erfahrungen für die Fahrer sammeln. Diese Zeiten liegen aber mittlerweile schon lange zurück. Mittlerweile sind die Testfahrten vor allem in der MotoGP stark beschränkt. Nur noch 14 Testtage hätte es für die Saison 2020 gegeben, davon zehn im Winter, vier davon im November, sechs dann im Februar und im März und nur vier Tage während dem laufenden Rennbetrieb im Endeffekt. Also sehr wenig Zeit für die Grand Prix Fahrer außerhalb der Rennwochenenden auf Motorrädern zu sitzen. Somit muss man natürlich von den MotoGP Maschinen auf anderes Material ausweichen, um so eben Trainingsmöglichkeiten zu finden. Und da sprechen wir vor allem von Offroad Training. Warum das so ist, das erklärt euch jetzt ein neumaliger Weltmeister Valentino Rossi vom Monster Energy Yamaha MotoGP Team. Trainings mit seriennahen Superbikes, wie sie Valentino Rossi und seine Jungs von der FS46 Academy auch immer wieder durchführen, sind also logistisch nicht ganz einfach zu stemmen. Es steckt einiges an Aufwand dahinter, vor allem personell braucht man einiges, man braucht Streckenbosten, man braucht ein Ärzteteam und so weiter. All das immer auf die Reihe zu kriegen, ist also nicht ganz einfach. Zusätzlich stehen natürlich die Strecken auch nicht immer zur Verfügung. Rennstrecken wie Misano, die sich etwa für Rossi und seine Jungs da anbieten, sind relativ stark ausgebucht mit anderen Rennserien, mit Fahrsicherheitstrainings etc. Also da muss man sich dann nach anderen Möglichkeiten umsehen. Und die findet man eben im Offroad Training. Offroad Training gibt es auch wieder unterschiedliche Disziplinen, zum Motocross etwa oder auch Enduro. Wird auch alles genutzt, allerdings hat sich in den letzten Jahren dann das Flat Track oder Dirt Track als die bevorzugte Trainingsmethode für die MotoGP-Piloten herauskristallisiert. Warum ist das so? Es liegt auf der Hand. Es bietet die gleichen Vorteile wie Motocross oder Enduro. Also dieses Fahren auf losem Untergrund, was eben eine sehr gute Schule ist für feinfühliges Fahren auch auf einem MotoGP Motorrad. Gleichzeitig sind aber beim Flat Track oder Dirt Track die Risiken wesentlich geringer als beim Motocross oder bei Menduro. Wenn wir die beiden Disziplinen konkret hernehmen, Motocross sind natürlich vor allem immer die Sprünge eine große Gefahr, da passieren viele schwere Verletzungen. Wenn es zu Stürzen kommt, gibt es im Normalfall kein Rutschen, wie es auf einer Rundstrecke der Fall ist, sondern man bremst quasi auf Null ab in kürzester Zeit, was natürlich dann die Knochen oder die Bänder oftmals nicht so gut mitmachen. Bei Menduro ist das große Problem, man bewegt sich ja in einem weithäufigen Gelände, das im größten Teil unbekannt ist und da lauern natürlich immer wieder gewisse Risiken auf die Fahrer. Valentino Rossi kann ein Lied davon singen, der hat sich mittlerweile schon beim Motocross und bei Menduro schwere Verletzungen zugezogen, dadurch auch bereits Rennen verpasst, unter anderem vor einigen Jahren sein Heimrennen in Misano. Deshalb setzt er jetzt auch besonders stark auf Flat Track Training, trainiert fast ausschließlich noch auf seiner Ranch, wo er sich sowas wie den Wunschspielplatz eines jeden Motorradfahrers geschaffen hat. Das Konzept hinter der Ranch ist, dass wir einen Truck für unsere Training machen wollen, besonders im Winter Training. Die Ranch beginnt so. Wir machen einen Oval mit einem anderen Oval in der Mitte, damit man die links und rechts. Wir bauen den Rest des Truck, das eher ein TT-Circuit, du brauchst eine Brake, du brauchst einen Ayrpin, weil wir einen totalen Truck brauchen. Du brauchst einen fasten Körner, das Layout ist ein großer Spaß. Spaß am Training ist natürlich immer gut, aber in erster Linie geht es für Valentino Rossi und seine Kollegen auf der Ranch natürlich darum, ihr Gefühl, ihre Skills auf dem Motorrad zu verbessern. Die zahlen sich dann vor allem aus, wenn die Verhältnisse schwierig sind, wenn der Gripp schlecht ist, gegen Rennende also zum Beispiel, oder in der zweiten Rennhälfte und vor allem unter Regenbedingungen. Wir brauchen etwas, was uns die Skills zu kontrollieren, wenn der Grippe schlägt. In der Fall der Rennung ist es wichtig, dass es ein guter Gefühl hat, mit weniger Grip. Die Größe der Truck ist sehr schläppig und die Verhältnisse können sich viel ändern, also muss man sehr genauer sein. Das ist die Herausforderung der Rennung. Hier trainiert man viel die Sensibilität der Rennung der Rennung und der Rennung, wie sie schlägt. Man muss sich auf die Brake schlägen, man muss sich in den Körnern schlägen. Wenn man auf der Rennung ist, hat man viel weniger Grip. Man muss sich auf der Rennung auf der Rennung, um die Traktion zu verbessern. Das sind alles wichtige Dinge, um Ihre Skills auf dem Asphalt zu verbessern. Der Doktor höchstpersönlich verschreibt also Offroad-Training für alle Leute da draußen, die zu besseren Motorradfahrern werden wollen. Habt ihr noch Fragen zum MotoGP, zum Offroad-Training, zum Motorradfahren generell? Dann stellt sie uns gerne unten in den Kommentaren, wir werden sie dann gerne in eigenen Videos beantworten. Ich, der Kollege Michael Höhler, bin ich heute leider nicht bei mir habe. Und natürlich auch unser Riding-Coach Horst Gräf, der in diesem Bereich ein echter Koryphäe ist. Und das ist auch, was Sie einfach unterhalten lassen. Also, ich denke es dir, stunts an den Koryphäe ist. Das ist auch ein Koryphäe oder ein Koryphäe. Ich glaube es nicht beim Fernsehen.